Ciao, Damen und Herren und Herren, herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot bei einem neuen Letztest angezockt von Jamvenger. Mit einem Klokotage und natürlich weiterhin Speedy und Horne, die auch mit dabei sind. Grüß euch. Es ist meine Ehre, Freunde, heute Abend hier auch dabei sein zu müssen. Bei dem Spiel. Sehr lustig ist, wir können nicht New Game machen, meine liebe Freunde. Es gibt nur Continue, ich spiele übrigens wieder und wir können uns jetzt bei Continue die Welten aussuchen, obwohl der Klunker die Demo vorhin erst installiert hat und wir eigentlich quasi neu spielen. Wir haben keine Ahnung mehr. Wir nehmen es einfach mal so hin. Vielleicht gibt es so ein Mitleid mit uns, dass wir jetzt mittlerweile viel geschenkt bekommen. Weltenlevelausbau, Charaktere. Ja, es ist ein klassischer Mario-Klon, ne, würde ich mal fast sagen. Bei dem Freund, ah, ah, okay, kannst du auch Wallride machen, geil. Also, äh, Wallchump. Uns hat vor allen Dingen die Optik halt auf Steam sofort angesprochen. Geht das nochmal, das ist aber schon schwer, ja. Weil das so cool aussieht. Warte mal, kann ich rennen? Oha, ist es doch ein klassischer Mario-Klon, ne, brauchen wir nicht drüber zu reden. Oh, wie komme ich jetzt hin? An dem Schild stand irgendwie länger gedrückt halten. Ja, ich halte schon gedrückt, aber... Ich kann nur einmal drücken, dann springt er und dann, wenn man jetzt da oben drückt, dann... To jump higher and springs hold the jump button. Also, wir müssen den... Jump button gedrückt halten, das heißt, oh... Ja, und über den Spring halt. Also, Spring ist die Feder. Also, dieser Bomber, ja, genau da. So, warte mal. Das ist eine Spring. Ah, jetzt nicht. Äh, okay. Oh Gott, das ist schon... Wir müssen nochmal zweimal treffen. Nice. Auch anders als für Mario, die fallen zusammen, das gab man ja auch. Oh, okay. Wow. Das ist schon interessant, sag ich mal. Also, es ist... Es sieht jetzt dumm aus, wie ich spiele heute, aber es ist echt nicht so einfach. Du musst erst mal ein bisschen, ein bisschen Ruhe bekommen. Warte mal. Du kannst, du kannst halt nicht, äh, du kannst halt... Ja, jetzt, jetzt. Ne, warte mal, warte mal, ja. Warte. Einfach ganz ruhig, Kollege. So, jetzt. Ja, jetzt haben wir's. Oh, du bist die Zeit lassen bei dem Ding. Oh, balla. Interessant ist auch hier mit den HP oben links, finde ich ganz cool. Ja. Das hat schon was. Ihr könnt euch halt wirklich festhalten hier und, äh, runtersliden und so, ganz cool. Ich hab noch mal gelesen, was ihr gibt. Hold down and jump button and slide under... Na, okay, das hab ich ja gut gemacht. Zack, geslidet, Uwe. Ihr kannst jetzt so roll-right machen. War schon mal schon scheiße. Ach, du je. Cool, find ich halt den Move, wenn du, wenn du an hier wie jetzt, zum Beispiel linker Hand, äh, geht die Kamera so in das Gestein rein, wie bei, wie bei Sony, äh, Sonic oder so. Dass du so versteckte, äh, Räume findest. Das find ich irgendwie ganz nett. Das mach ich da auch. Äh, äh, Spin Jump. Ja. Da würde, also du musst, ich denke, du musst oben auf den Gegner in der Mitte mit einem Spin Jump drauf und von da aus weiter. Denkst du? Das wäre Mario halt. Nee, also ich hab jetzt Spin Jump gedrückt. Nee, du, du musst vom Boden aus Spin Jump drücken. Aber du... Da kommst aber, da kommst du aber nicht so hoch. Na oben, also ist, ist, egal, ich kann das... Also bei Mario wäre das halt so, dass du mit einem Spin Jump, äh, auf, ja, im Gegner spinnen kannst. Ja, ich weiß schon, dass du, dass du dir keinen Schaden nimmst. Weißt du, was du meinst? Das, ich find das echt... Es ist ja leider nicht so einfach, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Na, dass du auch die Gegner zweimal treffen musst, ungewohnt. Ja, du musst halt wirklich, du musst wirklich von hier rangehen, gedrückt halten, und dann in Ruhe hier hoch springen, ne? Ist nix mit Stress machen, hier, ist nicht. Bäm. Naja. Aber wamm. Zack. Ah, nein. Ja, komm schon. Zack, so. Da drüber... Das ist der Spin Jump? Ja. Und vom Boden aus, wie soll ich das machen? Näh, du musst... Nee, ganz nach rechts. Ganz nach rechts. Und da unten hast du so einen Keil in der Mitte, da läufst du einfach... Einfach ohne was zu drücken, läufst du da drauf zu. Also, du kannst doch rennen bestimmt oder so. Oder... Ja, nee. Nimm ein bisschen mehr Anlauf, genau. Jetzt läufst du einfach drauf zu. Ja. Ja, okay, aber ich wollte ja drüber hin... Ja, du, genau. Du musst von diesem Holzklotz aus, dort... Müsstest du mit einem Spin Jump auf das silberne Teil und von dort aus weiter. Ja, genau. Du meinst du das? Ja, okay. Ja, okay. Alter, hab ich lange nicht Mario gespielt, Leute. Sorry. Was steht hier? Oh, der Run Button to build the speed and... Ja, okay, aber wo ist denn der Run Button? Run Button? Das kannst du halt auch nicht wegdrücken, ne? Also, ich drück jetzt alles durch, aber... Ja, okay, ich hab's verstanden. Ja, danke. Du musst immer ausprobieren, was es ist. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Ich hab auch aufgrund... Ah, okay, das ist, ähm... X. Ist doch mal ein Button. Okay. Auch hier klassisch mit dem Ding. Erinnerst du so ein bisschen an Mario 3, ne? Mario Pass 3. Achso, okay, das war's. So, ja, Flunder, wenn du willst. Willst du mal eine Runde? Ich kann's versuchen. Kann's bei euch weiter. Aber ich war auch nicht so torreich jetzt. Aber ich kann nichts bewegen, weil du wahrscheinlich mit dem Controller rein bist. Also mach ruhig. Ich kann auch nichts bewegen. Das ist sehr gut. Warte, dann lass ich mal... Klassisch auch. Klassisch auch. Jetzt kann's ja, okay. Ich kann jetzt nichts mal mit... Warte mal. Ach, das ist das so gemacht. Ich glaub, da hat das Spiel... Warte, wir dachten, wir können ein bisschen wechseln. Nee, ich glaub, das... Der hat jetzt da Computerproblem. Ja. Weil... Spiel du weiter. Der sagt jetzt, dein Controller ist der Controller, da mein PC gehört. Ich kann nicht weiter spielen. Ich muss jetzt mit Maus und Taster Tor spielen. Na, ich kann ja... Ich könnte ja auch nur mit Maus und Taster Tor spielen. So ist man... War ja toll. Mit Maus und Taster Tor. Oh, was geht denn jetzt ab? Nein! Scheiße! Alter! Okay, das ist ja mies, dass die da so klein werden und dann... Boah, Maus, Taster Tor ist echt mies. Gut, gucken wir mal. Also, dann mach mal den... den Block wieder her. Weil du musst mit Pfeiltasten spielen. Du kannst nicht... dass wir W.A.S.T. spielen. Oh Gott, das... Boah, ist das... Ja, Pfeiltasten und Jump'n'Run. Das ist... Da, da muss ich echt zeige. Ich liebe ja Maus und Taster Tor, aber das ist echt... Was mach ich jetzt falsch? Hä? Okay. Okay. Nein! Ach Gott. Ach das... Warte mal, ich guck... Ich kann Max nie mal... Ah ja, jetzt... Jetzt kenn ich zum Beispiel. Geht das wirklich nix mehr. Ja, aber jetzt kann ich hier nicht. Okay. Ne, alles okay. Dann ist egal. Ich kann auch wieder nicht mit... Gut, dann versuchen wir's nochmal mit Maus und Taster Tor. Ach, kreisig. Ah, Leute, also im Maus und Taster Tor können wir's auf keinen Fall spielen. Das ist echt mies. Was... Wie... Was hat denn jetzt dieses Teil? Was... Was mach ich falsch? Warum geht das manchmal und manchmal nicht? Echt? Ich glaub, das hat einfach irgendeinem Timing, nachdem das geht, aber... Keine Ahnung. Ja, guck mal, wenn die springen... Ne? Ah, okay. Vielleicht ist es aber beim... Beim Springen jeweils immer an... Ich nehme aus. Okay, das hat ich verstanden. Ja, jetzt war genau der gleiche Fehler. Ich will doch gar nicht hier rein... Ich will doch gar nicht hier reinlaufen. Oh, Alter. Warte mal, kann ich... Ich kenne Maxi mal über... Nein! Ich kenne Maxi mal über Parsec deine Controls wegnehmen und dann wieder zugeben. Das ist jetzt nochmal die erste Welt spielen, Leute. Kannst dich erinnern. Und ich meine bloß, ich kenne da über... Wenn ich über Parsec reingehe, könnte ich dir vielleicht die Controller wieder zugeben. Aber da muss ich sie da kurz wegnehmen und dann wieder zugeben. Warte noch, spiele ich mit dem Controller hier. Ach, du kannst gerade mit dem Controller? Ja, die erste Welt geht wieder mit dem Controller. Ich habe auch dummerweise so schnell gedrückt, weil ich nicht dachte, dass es geht. Weil der muss natürlich jetzt machen wir noch mal die erste Welt. Wo ist das BD eigentlich? Das BD. Billo...Morio. Ich habe... Ich merke halt immer wieder, ich bin zu hektisch für solche Spieler. Das haben wir noch drei Minuten vergessen. Das ist halt auch komisch, das... Ja, das ist ja nicht wo kann. Es geht das? Nee, es geht nicht. Okay. Ja, aber es sind die klassischen Morio-Sachen, also... Braut man ja nicht drüber zu reden. Es ist halt genau so, wie man es kennt halt. Nein, jetzt versuchen wir noch mal eine zweite Welt mit Controller. Probieren wir mal. Bäm. So, guck mal. Ja, du hast recht, das ist Buggy. Also, ich kann jetzt hier auch keinen Controller verwenden, obwohl es jetzt vorhin ging. Bloß das mit Tastatur spielen ist halt echt schwer, ne? Ja, ich... Also, mit Tastatur kann ich Jump'n'Run, also gar nicht. Das ist unmöglich für mich. Nein! Verdammt. Da ist einfach zu wenig Kontrolle bei Pfeiltasten oder bei WASD, bei solchen Sachen. Weil du halt bei einer Taste, bei einer Pfeiltaste, kein... Du kannst dort keinen Minimaldruck machen. Das ist halt einfach Druck. Deswegen... Ah! Nein! Nein! Ja, ja, ja. Wieso ist das noch? Gut. Ich glaube, du musst da noch rechts wieder. Kann ich aber nicht mehr, weil ich... Äh, noch links! Ja, ich kann aber nicht noch links, weil... Genau, wenn man nicht springen... Ja. Boah! Ich kenne Maxi, warte mal. Ich mach mal was ganz kurz, Leute. Jetzt geht mal kurz hier... Wie war das für so ein, was? Einfach... Okay. Achso, ne, dann... Jetzt vielleicht wieder geht man in der dritten Welt. Ne, ich kann echt so in der dritten Welt? Hä? Warte mal, wenn ich die Kontrolle ausschalte, vielleicht? Nee. Also solche Welten mit Maus und Lass und Natur, Leute, das wird nichts. Das kann ich euch sagen. Na, warte mal, das hilft ja alles nicht. Gehen wir mal kurz auf Porsack. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das ist Bucky hier. Also du kannst nicht die erste Welt für den Kulturno spielen. Die erste nicht. Ach, das ist... Ne, das ändert nichts. Ne, ne, du kannst doch mit Kulturno spielen. Ja, aber das wird nichts, Leute. Also da kommen wir zu sorgen. Ich glaube, der PC hat gerade auch das Problem, dass er gerade nicht weiß, wer jetzt hier wie... Also, ne? Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass das Spiel liegt, weil ich kann ja auch nicht mit Kontrollo spielen. Also selbst... Das muss ich dir überhaupt machen, ja. Selbst wenn ich die erste Welt gespielt habe mit Kontrollo, geht die zweite nicht mehr. Ja, also... Was ist hier Spin Jump? Ja, das... Das habe ich noch nicht rausgefunden bei Tassadou. Das ist schrecklich. Mein Gott, der Gegner. Also es ist an sich ein lustiges Spiel, Leute. Es ist ein Jump Run für alle, die sowas mögen. Es ist auch immer ein geiles Familienspiel, finde ich. Werden die Familie haben oder vielleicht auch mit ihren Kindern spielen, weil die vielleicht... Ah! Keine Ahnung, die 13, 14 sind. Du gemein, ja. Die heutzutage... Ja, okay, nice. Die heutzutage schon GTA spielen, aber vielleicht mal was normales spielen sollen. Kann ich noch empfehlen, die Demo. Ihr habt da ein paar Welten zur Auswahl. Ihr könnt über Continue quasi, ich glaube, 5 oder 6 Welten wohnen, könnt ihr schon spielen. Ist nicht schlecht. Das Biddy gefällt es nicht so. Ist auch eine Geschmackssache, ne? Also, gerade Jump Run, Oldschool Jump Run, ist schwierig, ne? Ja. Wir mögen das eigentlich. Also, wir spielen es gerne mal. Ach, du heilige. Da hatten wir auch schon bessere. Muss man auch sagen. Und das erinnert schon sehr an Mario, auch gerade mit der Tour. Und es lässt sich wirklich nicht einfach spielen. Also, selbst auch mit Controller ist es nicht ganz einfach. Ja. Aber da kommst du dann auch damals, dass du da so durchrennen konntest und einfach springen. Das ist ja nicht so. Also, ihr müsst doch schon ein bisschen warten, bis er springt. Ja, das ist auf jeden Fall keine schlechte Demo. Und für alle Leute, die da mal Bock drauf haben, können es gerne mal spielen. Und sich runterlauten, gibt es auf Steam kostenlos gerade. Und... Ach, guck an. Ja, klassisch, ne? Ja, es ist wirklich ein Mario-Klon, der vom Feinsten. Ja, vom Feinsten. Es ist sehr gut. Au. Sehr gut abgekumpfert. Oh, Alter. Ja, also Tastatur kann ich, kann ich nicht. Also, Tastatur ist für mich ja unmöglich. Ne, ne, da bin ich klar, tut mir leid. Also, ich würde es gerne machen, aber ich kann es auch nicht. Ich kann da nicht präzise drücken. Das muss ich echt sagen. Also solche Spiele spiele ich am liebsten mit Controller. Aber ihr habt auch gesehen, um was es geht. Das ist, wie gesagt, klassisch zum Run. Lautet euch runter. Spielt selber mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es gespielt habt. Wie ihr sowas findet. Ob ihr sowas cool findet. Ob ihr sowas öfter machen sollen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auch ein Abo-Nummer, wer es noch nicht gemacht hat. Damit ihr solche coolen Let's Plays und auch andere Let's Tests und Let's Plays nicht mehr verpasst. Ich denke, wir sind raus. Und sagen bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zusehen. Tschö, bitte. Tja, was soll man dazu sagen? Kleiner Mario-Klempner-Freund. Es wäre schön mit dir gewesen. Doch leider willst du den Spass nicht mitmachen. Hoffentlich das nächste Mal. Vielleicht gibt es da auch nochmal ein Update. Man weiß es ja nicht. Es kann alles passieren, meine lieben Freunde. Bleibt einfach dabei. Tja, ich halte mich kurz dieses Mal. Man merkt, man hat es nicht so angesprochen. Wenn es euch gefallen hat, dann lautet es euch runter. In diesem Sinne. Bei uns bis zum nächsten. Let's test, let's play, let's demo, let's irgendwas. Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss. Oh shit.